Schönen guten Dings. Ich bin in den sozialen Medien über den Satz gestolpert, wie erkennt man jemanden, der Heimautomation betreibt. Er wird es dir erzählen. Und ich dachte so bei mir, hey, gute Idee, reden wir doch mal darüber. Heimautomation ist keine Zauberei. Und lustig. Ich selbst betreibe eine Handvoll Automatisierungen. Und es macht sehr viel Spaß. Als erstes habe ich mir auf einem Raspberry Pi Docker installiert. In Docker ein Home Assistant und dann meine Home Assistant fähigen Geräte da reingerichtet, was in meinem Fall hauptsächlich Steckdosen und Glühbirnen sind. Ansonsten nur so ein paar Sensoren, die einfach Spaß machen, wenn man sie ausliest. Sowas wie Gesundheitsstatus meines Handy-Akkus. Was natürlich völliger Schwachsinn ist, aber es ist schön, es einfach zu sehen. Battery Health? Good. Good. Genau. In Home Assistant hat es für mich einen riesigen Vorteil, nämlich, alle Probleme, die ich habe, hatte schon mal jemand anderes. Es ist ein bisschen so, wie wenn man mit Linux arbeitet. Man ist selten derjenige, der als erstes über ein Problem stolpert. Ja, und so monitore ich hier ein bisschen Stromverbrauch verschiedener Geräte, den Status verschiedener Steckdosen, den Status meines Lichts, verändere die Lichtfarben, je nachdem, was ich gerade tue. Zum Beispiel gibt es einen Badewannenmodus im Bad und einen Arbeitsmodus im Bad, je nachdem, was man tut, Augenbrauen, Zupfen oder Schäumchen. Und deswegen macht Home, Home, Home Automatisierung, Home Automatisierung sehr viel Spaß. Mehr Daten, mehr Gut. Ich meine, es malt einem direkt auch Diagramme für alles, es ist total schön. Macht mehr Heimautomatisierung und lasst keine Fremdfirmen reingucken.